so so genau wie alle kann nicht 2002 und odyssey geht weiter nein 2002 ist das richtige ja sieht so aus allerdings noch mit der etwas älteren version von brutal doom aber geht leider nicht wenn man ein spielstand einmal angefangen hat dann kann man die mods nicht mehr switchen ist halt ein bisschen schade aber gut ist halt leider systembedingt von daher wenn wir das mit dem release kanal 3 das nicht weiterspielen okie okie großer raum interessant ganz schön großer raum hier ist gelb hier ist rot da ist blau ich habe im vorletzten display also gestern vorgestern vorvergestern irgendwann gesagt ich hasse pinkies wie kann denn in jeder map ein überhausen an pinkies vorkommen lektor mio hey die kommen ja gar nicht raus oder ja die kommen ja gar nicht raus was denn da wurde wohl die map falsch programmiert gut da kann ich mir jetzt noch spaß daraus machen hier wird abzuknallen ja tschüss ab da davon ab da verdient ich bin zwar gegen gewalt aber bei pinkies kenne ich keine ausnahme nein danke dafür noch einer ich darf jetzt mal her ist ja gut ich hab immer recht ich hab immer recht boah nein nein lass mich alle allein dann werden wir alle freunde sein höhö ähm ja ist noch gefüllt ist auch nachgefüllt sag ich vor allen dingen wasser ein liter wasser bitte gut danke und jetzt hier hin oh boah alter hat immerhin eine scheiß pinkies also von allen den wesen hier aus der hölle kommt die am direktesten aus der hölle aus der Hölle. Da sind selbst die scheiß Cyberdemon immer noch freundlicher. Das Schöpfer wirst du gleich sofort. Die haben noch Gnade, die haben noch Erbarmen. Die geben einen Gnadenstoß. Hättest du wohl gerne, hättest du wohl gerne. Oh, blauer Schlüssel. Ich glaube, den brauche ich für umfass. Ach komm, fack auf. Die 10 Verschwendung kann man hinnehmen. Alles acceptable. Das kann man machen. Ist hier was? Das sieht hier so offen aus. Oh. Muss man ihn jetzt anklicken? Muss man ihn schießen? Oder wo muss man ihn jetzt weggehen? Da oben komme ich doch nie ran. Ah doch, man kann es von unten drücken. Okay. H330 komme ich später nochmal ran. Gut, da kann ich hier also wieder raus. Ach, siehst du, wahrscheinlich ist er genau hierfür. Gut, dann gehen wir also mal einen anderen Weg. Kein Secret, kein Secret, schade eigentlich. So, okay. Arschloch. Oh, da geht's runter. Garantiert zum Piggy. Deswegen nehme ich mal... Ach, ich habe die. Geil. Nein, ich will raus. Lass mich raus. Oh. Noch ein Piggy. Ach, schau mal. Den Ort kennen wir doch irgendwoher. Nein, du da ist heute. Habe ich es dir nicht gesagt? Habe ich es dir nicht gesagt? Aber mir glaubt immer keiner. Das und das ist sowas von eine Falle, das weiß ich jetzt schon. So, hier kann man jetzt öffnen. Ich speichere vorher. Ja. Noch hat sich nichts getan hier, außer doch... Ist ich hier jetzt runtergegangen? Klappe. Nein, jetzt sind wir noch oben. Hä? Schade. Ach, hier ist er so aufgegangen. Joooooll. Ähm, brauchen wir noch nicht wirklich? Brauchen wir gar nicht. also auch nicht wirklich 25 20 ja ich weiß 22 legt mich ich traue mich nicht die tue aufzumachen wollte ich genau weiß dass das und das ob man da kommt es ist sowas von offensichtlich was so alle mann ich will das immer aufheben weil schaut mal so weit ich hier runter geht macht weg das ist immer so eine verschwendung einfach man kann sich einfach wegschieben bis wir gewachen dass das man die dinge so weg treten kann kann man nicht mann alter schwemmung alter wetten genau die farbe befindet sein am ende der mit ich werde in der gesamten web keine person benutzen das habe ich mir das geschlossen so was ist jetzt der schalter hier wofür ist okay also hier drin macht das schon mal gar nicht ich habe ich habe nichts gehört habe ich was gesagt habe ich was gesagt wird es auch offen ja es ist doch sowas von logisch einfach hä momentchen mal geht das ding hinten auf hä ne, momentchen mal hä, wie geht das ding auf wieder so eine line jaaa oh lol ha geil ha, kommt nicht mehr raus äh rein was ist das jetzt hier... ok was macht jetzt hier was ich will nicht mehr jetzt muss ich nicht mehr doch wieder raus Fuck. Ich will da hoch. Scheiße. Jetzt habe ich mich jetzt erst mal eingesperrt und raus sind ja als Gegner. Ich glaube es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Hallo, 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 hallo. Scheiße. Ah. Wow. Oh, meine Güte. Schneiderin. Uh. Wollen wir noch mehr? Nein. Sehr schön. Perfekt. So, was hat der Schalter jetzt gemacht? Hat der erst seit dem Montag jetzt letztlich... Nein, auch nicht. Alter, wo sind die ganzen Schalter hier? Was machen die? Na gut, gehen wir hier hoch. Wo auch immer das Ding hingeht. Wo auch immer die Leute, die ihr Schicksal haben? heraufbeschweren, ja? Ich verstehe das einfach nicht. Können die nicht einfach wirklich darüber sein, dass sie am Leben sind? Achso, jetzt wieder runter. Ja, das wäre nicht intelligent. Geh hoch. Du gehst jetzt sowas von hoch. Ich mach dich sowas von. Dankeschön. 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 Ah, blau. Das Ding hat aber jetzt runtergesetzt, oder? Bitte. Ja. Gehst du wieder hoch? Äh, achso. Äh, würde eh nicht allzu viel bringen. Gut, Dankeschön. Hä? Ich drücke hier und das Ding geht hoch. Danke. So, jetzt haben wir den blauen Schlüssel. Hier haben wir alles soweit. Ne, gibt's doch Secrets. Ha. Äh, falscher, falscher, fallender Weg. Achso, das ist das Secret mit der Tasche und mit der blauen Rüstung. Was weiß ich, gibt's doch ein Secret. Du kannst es nicht vor mir verheillichen. Ich weiß genau, wo das deins ist. Ich will nicht mehr. Ich hör was. Ich hör was. Da. Ja. So was von schon wieder Pinkies. Ich glaub's einfach nicht, alter. Diese Map-Designer haben so was von einer Schüssel. Kommt der raus? Ja, der kommt raus. Warum kommst du jetzt raus? Kannst du mir das mal sagen? Hä? Arschloch. Noch wer? Äh. Ich hör was. Oh mein Gott, das geht ja nicht schon wieder. Ein bisschen viel Action. Wo muss ich hin? Äh, achso, das ist nicht schön. Wow. Scheiße. Ah, schon wieder eine Waffe verloren. Opa. Okay, hier stehen ein paar Kanister rum. Gibt's hier was? Ah. Ah. Hä? Hä? Momentchen mal, die waren aber vor... Oh, die waren hier vorher auch nicht. Ist ja nice. Bap. Lol. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm, erst mal hinzurennen, bevor ich jetzt den... Komm, ich mach jetzt... Ich brauch jetzt erstmal die professionellste Falle auf. Die gehst du immer bitte da raus. Gehst du bitte mich... Deine Oma. Achso, warum kann ich das bewegen? Willst du mich verarschen? Willst du mich... Willst du mich sowas... Du willst mich doch sowas von verarschen. Da, da, da. Da, da, da. Bzw. ich kann dich nicht in der Mitte lassen. Ich kann's noch ein bisschen... Weck mich. So mach ich das jetzt. Ich klicke jetzt den Schalter. Klicke und bam. Hat jetzt semi-gut funktioniert, aber es war ausreichend. Ich hör ja was. Oder auch nicht. Okay. 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 Speichern. Speichern. War ne gute Falle. Hab ich gut gemacht. Ihr könnt mich später danken. Nein. Ich hab sowas von gewusst. Gut, da ist ein Schalter. Ha. Macht er das, was ich denke? Ja, macht er. Gut, jetzt muss ich mal gucken, ob ich an diese kacken Bims da rankomme. Dankeschön. Ah! Ah! Alter, wollt ihr mich faken? Da dachte ich, das hier ist eine Falle oder das wird sich auf einmal das Gegenteil. Erstens auf der falschen Seite, zweitens das falsche System. Ich wollte ein Secret und keine Falle. Ihr Fane Bitches. Ich werde euch misshandeln. Aha. Ich trau dem Braten nicht. Da ist doch einer. Danke dafür. Assloch. Assloch. Ein Mann nicht. manageamente Erde. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ihr wolltet mich verarschen? Alter. Hier ist ja alles Fallen. Hier ist sogar eine Falle, eine Falle. Das ist ein Sequel, oder? Aber wie geht's auch? Oh, Alter, jetzt gleich wieder lang! Oh, Scheiße! Ja, ich wollte eigentlich eher die hier holen und dann wäre rechtsklick das Anspinnen gewesen. Aber leider war es noch die falsche Waffe. Die hier. Aber die Waffe geht auch, die könnte ich auch nutzen. Wobei, die ist stärker. Egal, die ist präziser. Kommt her! Wow! Ja, das war dumm von mir. Oh, das ist eine gute Karte. Und was ist für Kondition? Was ist hier? Okay. Gut. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der Schalteröffentur öffnet den Weg, nach da drüber. Oder aber der Schalteröffentur öffnet den Weg und noch irgendwas. Die Frage ist nur, was, was? Erstmal wüsste ich gar nicht mehr das Ding geöffnet. Aber das wird jetzt auch mit dem Schalter geöffnet. Na, ich gucke einfach mal kurz. Erstmal speichern. Tadam. So. Welche Waffe nehmen wir? Wir haben immer noch keine Autoshutgun. Ich würde nur fucking Autoshutgun haben. Egal. So, gucken wir mal ganz kurz. Oh, doch keine Falle. Ich war so leichtsinnig. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, Alter. Oh Gott. Ah. Da habe ich mich so drauf gefreut, dass hier keine Falle ist. Dass ich gar nicht drauf kratzt habe, dass wenn man Ditti hier hingeht, hier auch noch eine Falle aktivieren kann. Das ist doch scheiße. Wie soll man denn hier rauskommen, ohne gleich zu sterben? Ha, 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 ha. Bei der einen Map von, von, von zwei, da geht das. Wie soll man das denn machen, bitte? Wie soll das gehen? Okay, ich, ich, ich renne einfach raus. Oh Gott. Oh Gott. Wow. War das gut? Jawoll, er hat richtig gut funktioniert. Nice. So, das weiß ich nicht, aber immer noch nicht wie das Ding hier aufgeht. Ich hatte eigentlich gekauft, dass es hier auch mit aufgeht. Hm, jetzt ist es ein bisschen dunkler. Aber kein Sequel. Das macht's überhaupt keinen Sinn. Wie geh die Scheiße auf? Wie geh die Scheiße auf? Äh, nein. Mal gucken. Wo bin ich hier? Ich bin da. Genau. Ja. Liederland Linie. Das ist also definitiv ein Sequel. Hä? Achso. Ja. Hm. Wie geht das da hin? Wie geht die Scheiße auf? Ich will das haben. Hm. Hm. Ich bin verwirrt. Was habe ich halt noch lange exten bin? Ach, das bin ich ja o-anger. Ah, hä? Ich hab's noch von... Ach, auf der falschen Seite. Wow. Wow. Äh, machen wir gar nicht durch. Wow. Och, ihr leckt mir doch die ganze Aufregung für eine kakette Ding, die ich bereits habe. Ich sammle nie wieder Sequels, nie wieder. So, wir haben jetzt was bekommen? Wir haben jetzt die rote Karte bekommen, die blaue haben. Das hatten wir bereits. Okay. Äh, wow, hätte ich einfach da runter springen können. Gut, bla. Oh, hier geht's einmal runter. Oh, hier geht's. 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 Alter. Wenn ihr wüsstet, wie sehr wir diese Filiere auf den Sack gehen, ey. Das ist ja mal sowas sowas von ende im gelände dankeschön auch mal nicht noch mehr ich will nicht mehr lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, du lässt mich jetzt sowas von in Ruhe, lass mich, lass mich, dankeschön war doch klar, oh god meine Güte so, hier ist er okay ach so, macht ihn wieder zu ja, wow danke gut das Ding ist jetzt oben noch mehr Schalter ja das ist sowas von ne Falle sag ich doch hier war noch hier war noch mehrere so ne schwarzen Dinger, oder? ne hä? wir können nicht mehr durch, was muss ich denn jetzt machen? oh 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 Alter, so viele Schalter, ey. Und jeder von den Campdingern könnte eine Falle sein. Das ist so deprimierend. Und hier ist kein Schalter, also kann ich ja bloß hier nicht rücken. So, hier ist ganz viel Munition. Ich kann also die benutzen. Ich weiß auch, wo sich das geöffnet hat. Da kommen wir nach. Ach, geht der noch? Ich dachte schon, was Schlimmeres. Da kommt er her. Was macht der eigentlich da in der Zeit? Bringt der schon wieder selber um, oder was? Hallo? So, wie sind die jetzt? Da ist einer. Da war einer. Alter, ey, was ist das Verarschen hier? Ich habe schon wieder die falsche Tastik. Ich glaube es nicht. Dafür wollt ihr. Leute, ich habe mich eingreifen lassen hier. Au, der hat aus. Doch, nö. Ach, Mann. So, Bullshit hier. Das weiß ich erst, was ich machen muss. So, schnell. Klick doch mal. Klick, 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 klick. Boom, boom. Äh, nein, da. Dankeschön. So, Mann, komm, schütt doch endlich. So, ich brauche die Waffe. Die brauche ich. Und nichts anderes. Dankeschön. Jetzt vorladen lassen. Und jetzt, äh... Auf dem Ort. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ach, da draußen. Oh, Alter, das ist für immer doch kein Sinn hier. Hör auf. Oh, Alter, danke. Nein. Die Fischer geben mir sowas von auf den Sack, das kommt da gar nicht. So, wo war denn jetzt die Rüst? Du, äh, die Munition. Da? Nein. Da. Ach, Gott, schön, ey. Diese Fischer, die sind so nervraubend. Hä? Okay, okay, okay. So, hier ist bestimmt noch unser Secret. Wir haben nämlich noch sechs Secrets nicht gefunden. Das ist eher armselig. Zwei haben wir schon, von acht. Und manchmal, eins ist da, das haben wir doch. Das haben wir auch. Das haben wir doch auch gefunden. Ich war noch bei den drei Orten bereits. Warum haben wir denn, wie viele nur zwei Secrets? Na, ist mir egal. Ist mir sowas von, ist mir sowas von, egal ist das hier. Äh, wie das Team runtergeht, ich hab absolut keine Ahnung. So, das spiele ich einfach. Geht auch nicht. Hm. Gibt es hier irgendwo noch Sachen, die es für ein Secret sein könnten? Ja, nein. Na gut, pack auf. Ich gehe in den Ziel. Hier hole ich mir doch die Rüstung, worauf er jetzt ist. Wo waren die? Da. Oh. Dann einmal runter, einmal da da, einmal, nein. Doch. Ah, 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 ah. Fuck, war etwas zu langsam. So. Badam, badam. So, komm. So, haben wir jetzt alles? Ja, sieht gut aus. Gut. Sprechere mal ganz kurz und dann ab dem Ziel. Äh. Was? Oh, Alter, warum? Ich hasse euch alle, ich hasse euch alle, ich hasse euch alle so sehr. Wo kommst du, wo kommst du, was machst du hier? Geh doch. Oh, 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 oh wir haben genau 80 heißt dass wir ganz genau einmal aus ach gottchen das ist ja mal wieder hier ist ja mal wieder das war die vorletzte map von wo bin ich jetzt da genau das war die vorletzte map von 2002 und der letzten map von du legt mich am arsch